willkommen zu nicht folge 80 von unserer money makers rallye ich bin der jahre 85 bin euer sympathischer moderator und führe euch durch die show meine stellvertretenden moderatoren sind zum beispiel die killermandy hallo stellvertretender moderatoren killermandy hallo das ist sehr schön ok da gebe ich weiter zum hausmeister vom dienst zum schnuppe hallo hausmeister vom dienst schnuppe guten tag ja ich kenne die geschichte vom friseur ok killermandy du bist dran ich wollte schon erzählen dass ich beim friseur war das war schon ein paar wochen wieder her etwas verdoppelt killermandy jetzt zu beginn der folge nicht 80 verstecken ich glaube ich sie doppelt auf jeden fall wird killermandy eine decke verte fünf und landet im casino und nein 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 okay bin ich bin bei edeka die fischstäbchen genau das macht gut sehr sympathisch drück schön genau es wird immer mehr der turm wird höher das rad links dreht sich killermandy lässt sich davon nicht beurren doch lässt sie sie macht auf rot und das rot das schießt da oben warum ist rot über dem fall also das war angezeigt weil sich das rad dreht der turm rechts wird auch bei einer folge 80 wir bedanken uns was zu sehen das ist folge nicht 80 das ist eine folge eine folge vor folge 80 kannst du mir folgen und jetzt die kugel ist im rad wie der hamster im keller und es wird eine 14 das habe ich vor paar wochen auch schon mal getippt wo schlube das gemacht hat das sympathische rolle okay wenn die gewinnt dafür trotzdem 170.100 euro und 14 cent und wir gehen mal zur schlube mit sein 14 cent und seinem quietschen den stuhl das macht mein stuhl übrigens auch quietschen das wie quietsche engine und jetzt du belegt los kommt auch und er kommt nicht er kommt auf ein upgrade feld du kannst im upgrade feld dann die grüne linie wieder kaufen ich habe das als rotes gesehen also das fällt ja okay so okay dann machen wir mal ganz normal auch fast ohne vier das ist okay hauptsache es kommt kohle ins haus die mutti freut sich so killer mutti du bist dran du hast du hast eine 15 vor dir und machst steuern ja die wir schon stupe nehmen ja das erstens ist stupe das gewöhnt zweitens ist stupe dritter und ja viertens gibt es irgendwie nicht oder wo war ich ja gesteckt weil zweitens auch klippin die sind da auch und das wird rot geil ne klippin die fliegt nach kopenhagen die damit die kann die kopp nicht tragen die fliegt nach kopenhagen künste nehmen das rote feld aussuchen gegebenenfalls stupe probiert mit zwei würfels ja es sieht gut aus sage ich jetzt mal so durchatmen so machst du uns übernehmen gefällt mir rein ich gehe runter im bahnhof weiter gleich weit geht am bahnhof nicht ins rohlett kommen das wäre jetzt nicht so schön deswegen gebe ich weiter an die kilometer die 16 feld war es noch killer mendi in fünf wörfeln im kanzler neben dich legen die uhr ist was wir noch nicht sehen die gefällt sein nein das war ein rotes feld und klamin die kann sich das leisten die will sich doch nicht leisten sie hat über der hamburg mir gehört hamburg wieso jetzt krieg ich nicht hamburg was möchte ich nicht mehr oh ein tornado hamburg ist eigentlich immer alles teuer ja aber ja ich hab es trotzdem gekauft ich hatte es übrig das nötige kleingeld aber stupe würfel das dann mit drei würfeln und zwar was muss man eigentlich würfeln nach einer drei ja jetzt kommt die hohen zahlen weil sie nicht passt aber optisch macht das was herr 2 2 da brauche ich muss näher ran ist ja schon wiederum wir sind es im jahr sechstes stromausfall in walduts ja toll jetzt machen wir alle miese sogar kilometer aber das stromausfall wird ja wieder behoben werden killer wenn die was sagst du zu damit die wörtlich ja 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 wieso denn ich wo eine flieger karte ist und du das gewinn wird ist könntest du bitte aufhören aufzupassen das gibt es doch nicht schnuppe auf was will ich ausgerechnet dort das alles lila und gelament die würfel jetzt fünf mit doppel 5 und landet in berlin da war vor kurzem schon mal das war klar bleiben können jetzt tun sie meinen her aber stupe jetzt jetzt geht es geht es aber los jetzt aber vier würfel zur auswahl also wenn er das nicht hinkriegt hat dann weiß ich auch nicht was er denn noch würfeln soll na trotzdem die drei und was wir da zwei und die drei ist dabei schnuppe beendet das leid und kommt bei teo hat er eine schöne unterkunft gefunden da ist es immer schön warm 100.000 geschnuppe und in lotto so jetzt spiele ich mal mit acht kugeln so wie immer und acht tipps mein ich und es geht los in jedem euro mit der kilometer 610 euro gewonnen was gehört schon irgendwie so nach nach minsk weiß russland ist doch nicht so weit weg auf jeden fall darf stupe erst mal auswählen ob er nichts macht gar nichts macht oder 25 prozent mehr runden einkommen jetzt schwierig es gibt mehr runden einkommen dankeschön für die wahl ich will nicht doch nicht menschlich ja ich habe ja schon gute karten soll ja eine übernahme brauchen wir wir brauchen ja doch immer große schritte deswegen los stecken oder wohnen die schilderung bis 53 aber kilomanty sitzt im zug nach mexika 22 fälter passt noch kilomanty falls sich erinnern darf ja die drei fälter konnte die praktisch ähnlich ich würfel und das wird ein knallhartes rotes feld aber kilomanty macht sich da nichts draus sind die strafe gerne an mit kuss hand und stube ist dran mit 18 feldern die er noch bis zum ziel hat und jetzt jetzt wieder 5 5 und das wort casino und nein so wie er wohl auch weißer johannes gott sei dank überlegt dreht er um oder nicht er dreht um 7 und drei johannes stupe aber das muss maximal 21 haben aber es ging schnell so warte mal müssen wir hier was versteuern weil so geht es hier mal nicht weiter meine gutsten so damit die ist mir da nicht böse ich hoffe die erste toll gehen du hast einen möglichen grund böse zu sein die ist noch zwölf fälter entfernt können wir mal plätze tauschen kilomanty ok wir sind alle bei 204 millionen aber ich jetzt du bist bei 201 und da war auch schon ganz schön teuer ja ja typisch kilomanty wieder auf der plus blöde sind unfassbar unfassbar das wurde ein rotes feld tut mir leid kilomanty nee du kannst noch eins ja eine karte karten blockieren oh das ist schön klatschen kilomanty wieder aber schnuppe fährt gewillt ist eine runde oder für die zwölf da stehst du ja kurz vor der tür das ist ja der aufverlust kilomanty man kommt auch aufs selbe feld wie kilomanty eine karte karte übernahme so warte mal ich will kurz dafür sorgen oder was habe ich jetzt gerade mal die kilomanty war doch so gerade ich glaube schon so ok jetzt muss ich aber erst mal ein bisschen näher sind nur fünf fälter entfernt für eine versammlung machen soll es ja vielleicht irgendwie clever aber ich kann euch davon abhalten den sieg zu erringen als kilomanty dann und darf hat keine fünf fälter karte alle sechs fälter daneben kilomanty hängt wahrscheinlich durchs gamepad kilomanty tut die karten blockieren bei stupe würdest du machen stupe hat eine fünf fälter karte wieso habe ich jetzt keine garten verfügung das ist doch unfies damit ich kann gar nichts dafür auch eine vier das hätte so die sechs fälter karte nehmen können dazu kommt da unten ist minsk doch doch ja doch ich wollte gerade nicht sagen oder habe es immer gesagt aber ja eine fünf schnuppe und das keine fünf fälter karte ich wollte der kilomanty bloß auf die falsche fährte locken ich weiß dass ich die nicht so böse bist du aber du bist das auch jahre äh jetzt also pasch herzlichen glückwunsch du wart abgepunktet danke kilomanty echt jetzt hängt die stupe wieder mit punkten ab 5 5 5 5 4 du hast mir doch immer alles oft auf die karte geschmissen in der stupe hat schon so viel abbekommen er hat 905.000 aber erst mal gewinnt gemacht das ist erst mal gut das ist wieder grund irgendwo die steuern loszuwerden ja gut die pfeife so jetzt geht das mal los jetzt wirf ich erst mal jetzt gewinne ich erst mal im lotto das ist schön überlegt ob er sich was kauft nein macht er nicht und wir gehen weiter direkt nach russland nach bryansk das kann doch kein gehören das habe ich noch nie gehört auf 50 prozent mehr etappenpreisgeld 50 prozent mehr auf straffzahlungsfeldern im zielland oder nicht oh oh da weigern wir uns komisch ein rotes feld zu betreten uiuiuiui die karten sind blockiert ach wo und so weit ist es gar nicht, ich habe fast noch eine 6 ja aber meine karten sind ja blockiert ach ach stimmt ich bin ja, du bist ja irgendwo hinten rumgeguckt äh geh weg den hättest du blockieren können Klamendi nö na gut dann nicht ich kann sich fünf Fässer nehmen, fünf Würfel, dann kann ich es schaffen das ist nicht dein Ernst wie das eh ich hätte jetzt das Ding, ich hätte das Ding gewinnen können Klamendi theoretisch theoretisch, ja oh ist der Kleider jetzt böse also der Würfel ist einfach nicht zwei, das geht doch das geht ja auch, ja, aber das ist natürlich etwas schwieriger ich müsste schon eine 24 Würfel ne, da drückst du ja hin hast ja zwei Würfel zwei Zwölfen und dann hast du den Pasch, da hast du es eh geschafft ja gut, ich gehe in die richtige Richtung, sind wir 2 9, das ist ein Pasch achso, ne, das zählt ja nicht, das hast du ja mit den lustigen Würfeln würfeln müssen ja, stimmt ach, vergessen aber, immerhin, ne ja, ja, ja stimmt Klamendi anhupen Klamendi anhupen, geht das mal immer Klamendi, nein, uff, uff, ach, ja das ist ne gute Wahl, Schnurre gute Wahl ich habe keinen Bock auf das Casino ich auch nicht da kommt Roulette, ich muss mich stundenlang quälen ja, also wo ist denn deine 2 Felderkarte? die haben mir die Russen geklaut so, jetzt mache ich aber erstmal oh, fast also, fast der Pasch meine ich jetzt, nicht knapp an der 2 vorbei, das meine ich nicht das habe ich schon noch erkannt ah, ne Klamendi wieder 11 5 Würfel würd ich nehmen ja ja würd ich auch nehmen mindestens ne, Klamendi ist mutig, wirf es einfach so ne 12 uah so knapp ja gar nicht so unübel oah äh Klamendi fährt denn nach Prijansk da bin ich ja hi, Klamendi hey, komm wieder zurück hi, du Lump komm her da drin bist du wohl ins Prijansk und das wird ein rotes Feld das ist brillant also es gibt doch irgendwie mehr Strafe im Zielland das ist natürlich schön immer schon im Zielland? ja das gehört aus der Moskau ja, das gehört sowieso noch keinem genau, das ist Moskau gekauft das gibt es doch nicht nicht Vladi ist zu Hause und ne 9 das ist so ein Feld vor der Tür da haben wir dann 1, 2, 3 da wäre eine Versammlung gut hey, hör, hallo hier ich hab doch schon gewunken meine Tröte hat gefiebt für die 2 für die 2 aber jetzt ich hab's irgendwie intus dass ich das jetzt endgültig abschließe in Prijansk mit einer fetten 2 nein nein natürlich nicht ich hab's geahnt ach Mist jetzt Killer Mendy was macht Killer Mendy ich hab's überlegt ich hab's überlegt nehmen sie doch die 5 Würfel? nein die nehmen die 2 Würfel Würfel weil ein Ding wäre jetzt wenn da jetzt was dazwischen wäre also dazwischen gut, da ging die 11 hehe dabei wäre, meinte ich ne Killer Mendy das war nicht schnuppen darf's probieren ich glaub ich gucke keine neuen Felderkarte mehr die haben sie mir zerschnitten wer hat denn hier die Schnippschnappkarte hier um mal keinen anzugucken he Killer Mendy ich hab deine Karten zerschnitten nicht vom Park achso das ist nett oh der Vogel der steht immer noch da rum ja und ich bin auch noch dort ja eben oh wir sind hier im Sack hier ja du könntest ja an mir vorbeifahren ich hab Kuchen gebacken wir sind kürzer gekommen am Ende ja warte fahr mal zurück fahr mal zurück zu Menti aufs Feld ne zu Menti aufs Feld und jetzt nach oben da gewinnst du ja ja hat schon gewonnen das hat noch vor allem das gehört noch kein 910.000 für schnuppe schnupp gut danke das hab ich noch gesehen ja wir bin ja nett weil ich so viele viele Steuern auf den Körper geschmissen hab aber das ich hol mir noch neue Karten achso damit ich damit ich wieder genug Geld hab damit ich es lohnt ja so äh ne das sah ja schon wieder gruselig aus mein Betrag auch ähm so Stube kann erstmal ganz Prijansk einkaufen ich bin ja wie so ein wandelndes Tutorial heute so Stube gehört Prijansk das ist ja sehr Prijansk ja wo geht es jetzt hin nach? wo ist? nach Rumänien geht es so und zwar ja und da 20% Rabatt im Kartenshop Standard oder 20% Rabatt im Kartenshop oh Standard gibt kein Rabatt im Kartenshop den ich mir aber anvisiert jetzt wächst jetzt zum langsamsten Spieler zu Killer nicht stimmt so und zwar Zeit ist eigentlich rum aber mein Zug muss ich noch machen und zwar nehme ich halt die Übernahme da kriege ich ja von Stube was aus Prijansk ne aus Reckervic oh war es was teures sogar noch willst du das das erste Mal dass du was teures kriegst ja das stimmt das andere war der Preis zusammen aber ja das wort da hättest du ja über Eis kaufen können hehehe wie ein Iglu ne ich will die Karte zum Abschluss noch haben Kredit ja genau wow wow what the fuck den brauche ich zwingen tja aber ob wir jetzt wirklich sicher in Rumänien in Klyly ne Bucca ankommen das seht ihr natürlich erst in der nächsten Folge also in Folge 80 ist es dann von uns bis dahin machts gut und ciao ciao Bucca hier Vielen Dank.